Herzlich willkommen zur heutigen Folge auf der Karte Evo Thüringen. Wir arbeiten jetzt weiter mit den schwarzen Dröschern und setzen die Arbeit fort. Die Ernte vom Soja. So, das ist eine Lohnzahlung, 1.009. Das ist ein Schläppchen. Ah, ja. Das ist ein Schläppchen. Ja, wir werden mal den großen kaufen, ne? Wenn wir mal das Geld dafür haben. So. Ja, das ist das Problem. Die Laternenpfeile, das ist zwar schön, dass es schön hell ist, aber zum Arbeiten ist das nichts. Die Kurve ein bisschen hänger nehmen. Wenn wir jetzt rumkommen, ist gut. Wenn wir nicht, ist... Wir müssen noch mehr einschwenken vorher. Ah, das ist jetzt. Mir zu blöd, Anfänger, so eine Quälerei hier. Neuer Versuch. Da habe ich ja auch nicht jetzt, wenn so eine ist, glaube ich, so eine Arbeit auch nicht. Erst, wenn es gesenkt ist. Ja, Lappen verkaufen, dann ist das auch blöd. Verkaufen doch nicht. Wir fahren mal gleich hier zur Quelle heran und werden gleich wieder auffüllen. Weil das kommt dann garantiert auch bald wieder. Gerade so, so frei gekommen. Das ist voll. Okay. Dann können wir mal einen Treppen anstellen, ne? Das ist ein bisschen schwieriger, der ja. Da haben wir jetzt zwei Probleme. Weil die ganz großen Felder dann noch von Treppen haben. Geht ja um die Zeit des Verdorns, ne? Aber das Problem, wenn wir überhaupt nicht mehr haben, denn mit dem Jahreszeiten-Mod ist ja wieder alles vorbei. Aber noch haben wir den nicht. Also heute wäre er noch nicht da. Also da war noch gar kein Contest-Mod drauf. Schauen wir gleich nach den Schwaßen. Oder immer gleich mal durch. hochknollen und hochknollen da kontrollieren wir gleich was er hier macht wahnsinn da klappt sogar war ja meine befürchte dass er das nicht hinkriegt da kommt mir entgegen erwarten wir können wir den 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 ja wir haben schon gemacht den gelben den gelben faktor lkw reparieren ja die temperaturen die meinte hier dazu müssten wir mal einen kurs einfahren ein führungskurs der nur abfahren tut dazu mal den lkw nehmen da kann man so nehmen wir müssen ja auch ein fahrzeug neben der mit so viel wenn jetzt weniger schwierigkeiten da könnte der traktor müssen stören könnte könnte zwar nicht unbedingt wir müssen leider statt nicht über führungskurs hat heißt auf deutsch dass er nur die strecke abfährt so beladen am startpunkt über führung gut abfahren das wird die sein das heißt wir fahren jetzt um lager und kippen den aus und dann kommen wir zurück bei feldern die weiter weg sind und sollten ja besonders wichtig das war unser gift ob sagt dass keiner auf geht da wir jetzt auch fahren können entladen ja und der gefahren stimmt ja so viel vergessen gehabt und war noch mal die so ihr wohnen dann fahren wir jetzt jetzt hier lang falls wir mal zwei fahren lassen sollten irgendwo wo es eher unwahrscheinlich ist hier haben wir noch ein fahrzeug ich glaube wir haben schon noch ein ein verkauf normalerweise weil wir zwei fahren das mir hier blöd weil die straße so eng ist wüsste hier höchstens mal wenn mir die straße gehören würde mal entsprechend verarbeiten aber das ist noch eine weile hin so stop das heißt auch dass der traktor wecken muss die meisten sich gleich jetzt wenn wir uns den gelben schnappen das hängen mal aus dann schnappen wir uns den überladewagen da haben wir ja zwei stück mühsam in die garage gefahren haben hier voll das kann man theoretisch sogar noch auch noch einstellen der automatisch dahin einer nur am feld fährt und andere nur hin zum lager heute ist Pachtacht Nebels der Wahnsinn das macht es besser müssen wir nicht eingreifen dann wird der rote auch gleich voll sein hier wird ein Vorlauf hat das gut also wie schnell sein 80 prozent kann man den auch abkoppeln der ergebnis der gegniss von so alle achsen denken das steht immer da ein müssen wir ein bisschen weiter ausschleimen oder zurückfahren wollen wir nicht ganz links ran und dann rüber ziehen ja nicht ganz optimal aber gut wo das wort gehabt links und rechts können wir nicht sehen wir gucken ja und hat man ja weg liegende seite ist jetzt noch kurz bevor sprechen könnte bei theoretisch einfach kommandos da war die 18 uhr da war die 18 uhr wahnsinn mit der ane wo der fett dauer der fährt dann springt leer das heißt für mich eingreifen wird auch was leer das heißt hier muss man den modus ändern ja ja die aktiviert schau mal jetzt, ob es jetzt anhält ja, dann hast du Kaffee auch alle aber haarscharf du ja, 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 ja das ist sehr uneben hier ein bisschen schwierig zu fahren weil die Fahrzeuge auch nicht so schwer zu kontrollieren sind, die brechen dann aus und ohne Ende mal schauen wo die reguläre Stelle ist und auf dem Feld fahren das ist heiß wo ist er? ich werde mal rot ausfahren und raumen gelben nicht so weit fahren gut gut so und ich freue mich über der Landstift, dass es heute gewesen sein ich sage mal schüße und winke winke würde mich freuen wenn ihr wieder einschaltet ja nochmal schüße die Füße